Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Mach das jetzt so rum. Achtung! Geht aber! Geht aber! Super! Sehr schön! Ja! Okay, das ist ein Riesenvolk. Das ist nicht so die Normalgröße. Mit ein bisschen Glück können wir die Königin sehen. Hat die einen Punkt? Nein, aber die ist riesig. Ich meine, ich habe mein Telefon und habe eine Bildung. Ich glaube, ich sehe die Königin. Die ist in der Kiste? Ist das hier mit der Kiste vorne? Kannst du das da? Ja. Ich glaube, das ist die Königin. Ich glaube, das war die Königin. Das war ganz gut, weil wenn die sich da hinten zu nahe auffällt, dann werden die da drinnen nervös und kommen wieder raus oder so. War ich da? Ja. Dann gehen die Königin auch an der Weile? Ja. So, was? Ja. 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 Da ist nur eine. Ach so. Da ist sie. Sie ist wieder raus. Jetzt geht sie wieder rein. Ich glaube, es gibt auch zwei Königin. Weil sie gibt es, auf dieser Ecke, ein auffälliges Verhalten, das hat Stärke. Da ist ein bisschen ein paar Bees. Ja. Mit einem Bewegung. Das ist die Bees. Das ist die Queen. Oh, das ist die Queen. Und ich denke, ich habe es spasen. Das ist die Queen. Und jetzt geht's mit deinemische Helmherzitren. Ja. Jetzt geht's derarse raus. Was hat dort auch mal? Na? Ja. Du bist ganz schön. Du bist ganz schön. Du bist ganz schön. Du bist ganz schön. Ich bin einig. Was hat hier eine Einzelung der Benzler. Ich bin jetzt mal einer. Ja. Hier gibt es eine deutliche Gegenbewegung Achtung, ich schüttel noch mal Alter, ist das riesig Ich bin nicht weitergegangen, ich bin nicht weitergegangen Ich schreibe sie Es kann sein, dass sie die Königin riechen durch das Holz durch Und deswegen gehen sie dahin wo die Königin ist, aber auf der anderen Seite vom Holz So, it's possible that they smell the bee inside And she's like up here, but on the other side That's where they are up there So they're hidden, okay? Ah, right, yeah, yeah, yeah Okay, baby, purple, got to do the same with that green We'll be right back Outro Outro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, ich denke, ich habe nur zwei B's geklärt. So, hinten an deinem O. Okay. Krabbel die gerade noch so raus. Achso. Jesus Christ. Come on, go. Stopping the ones underneath the box. Oh, ja. Underneath. Under the box. Brush? Not one? Yeah, go. Brush those out first. Jesus Christ. Oh, yeah, yeah. Right. Okay. Put them down the bottom. Do you have one? Yes, it needs to be my old machine. Don't go. Jesus Christ, he has to do this. I don't know. I'm not. Sorry. I have one. Sorry, that's a baby. I'm not. I'm not. We're to work. Ich mag ihn. Ne, auf der Seite ist es offen. Ich mag ihn.